der geht hier richtig ab leute und begrüße euch hier zu einem neuen part von ok irgendwann mal geht das auch richtig auf den sack deswegen stellen wir mal kurz den helfer ein und stechen mal kurz aus willkommen 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 in seinen scheinen wir packen unsere sieben sachen ein den flieger ein all das geht manchmal richtig auf den sack ja landwirtschaft simulatoren party hat hey 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 ach du scheiße nein wir wollen nicht fliegen nein ich mag ihn fliegen ist ein kackfeld da habe ich auch keine lust leute wo sind wir denn überhaupt hier ist gar nichts kommen wir besuchen das feld mal und gucken mal was wir hier machen so wieso nämlich eine kleine aufgabe die wir jetzt in diesem part machen können aber anscheinend mag mich keiner kommen wir gehen zum körnermais und für die kann man bestimmt das können wir etwas ernten obwohl düngen das funktioniert sein lieben ist okay gut ist eklig wir haben die pflegebereifung drauf die find ich sowas von hässlich aber eben gut obwohl die früchte nicht kaputt gehen ich weiß nicht ob ich ein mod drauf habe stimmt ja wir können es ist es ist das ding dünger streue an aber gehen mal kurz warum ist das laut gut ok ähm musik müsste eigentlich bald sein hoffe ich mal weil dies war schön ruckig aber sie ist scheiße ja ähm wir kommen hier zu jetzt einem dauerprojekt mit auf meinem kanal ich möchte es erstmal eine zeitlang probieren dass ich dauerprojekte wieder bringe äh wer das infovideos nicht gesehen hat jetzt muss ich gucken das kam vorletzte woche am 20 es gibt jetzt ab sofort äh turns for fever formel 1 was dauerprojekt bei mir ist es gibt ets world of tanks landwirtschaftsanator formel 1 und alles was das herz begehrt äh noch an videos äh wir kochen wie live und 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 das erinnert sich alles noch und oder hat sich schon geändert auf meinem kanal versuche ich es jetzt eine woche durchzuziehen genauso mit mit den thumbnails reinzufügen falls ich mal was nicht schaffe bin ich immer noch mit dem gedanken entweder das trotzdem so hoch zu laden oder also ohne thumbnails ist oder einfach das projekt eine woche später zu bringen und doch die pflanzen gehen kaputt trotzdem der pflegebereich bereifung also guck mal da ist jetzt einsprüch ja jetzt aber es nicht wie gesagt leute es gibt ab sofort dauerprojekt auf dem kanal kann sie aber alles monat zu monat mehr ändern denn es kommt ja auch nichts als irgendwann mal der bus simulator raus worauf ich mich auch richtig richtig freuen ausprobieren möchte freuen naja ich hab's ja noch nie gespielt aber ich würde mich echt freuen dass wir ausprobieren wenn er nicht ganz teuer ist warum ich mich gerade umgedreht habe auf die uhr zu gucken jetzt freue ich mich weil ich habe doch dort oben eine uhr also manchmal muss man schon bescheuert im kopf sein so schick ja leute sonst neues gibt es bei mir nichts fahrzeuge funktion laufen ja das haben wir ja vor uns gesehen hier bei landwirtschaft simulatoren mein leben ist relativ langweilig jetzt auch anders erwartet und hier sieht man überhaupt nichts drin also im echten im respekt an die fahrer und es kommt sich so schnell hier drin vor mehr als 20 giants fm ok über die hälfte haben wir schon geschafft läuft ja ja so muss es sein oh leute ich freue mich schon so auf die games kommen lange dauert es ja nicht mehr oktober wir haben schon mai wenn das video rauskommt also ich nehme gerade am bis der geiler welchen auf wir haben noch mai anfang mai sogar und ich freue mich einfach so extrem das erste mal games kommen war für mich chaotisch gewesen ich wusste nicht wohin ich wusste nicht wo oben und unten ist so ungefähr aber es ist trotzdem jetzt so dass ich sagen kann okay da ist das und so wird es aufgebaut ungefähr da kann man das und das kaufen und ich fahr für echt scheiße und ich weiß auch dass dieses jahr eben auch der landwirtschaft simulatoren da ist wo ich gerne gerne da bin wirklich als erstes eigentlich dorthin renne und mir jetzt angucken so viel wie sich geändert haben soll bin ich echt mal gespannt andere games werde ich auch mal anzeigen jetzt das erste jahr wo ich dort war habe ich gefühlt also ich habe den rennsimulator ausprobiert mit okkulos und rennsitz mit beweglichen einmal ohne beweglichen rennsitz ausprobiert ich habe wir ausprobiert hier im landwurts simulatoren ausprobiert und bei mafia war ich und gefühlt war das alles und ich habe mir vorgenommen für die gamescom 18 ein bisschen mehr was zu machen zu gehen ich habe mir auch hier von beta hier ne beta hier besta was äh angeguckt hier die fast eine ganze halle eingenommen haben und ich möchte wirklich dieses jahr ein bisschen mehr weil man gibt ja schon sein geld aus es ist auch eine weite entfernung bis da drüber von mir aus da will man natürlich noch äh was sehen natürlich ist also eigentlich selbstverständlich wenn nicht dann gucken wir mal wie weit unsere dricker sind dass man die vielleicht sauer machen müssen weil theoretisch mir fehlt nur der eine part für den ersten sechsten weil ich nehme ungefähr will ich so zwei wochen im voraus fertig haben weil ich habe ja nicht mehr zeit und mit samt sind alles so wird ein bisschen komplizierter wow mein auto kann man schon mal nach hause fahren und oder in die richtung helfer c hat wendet deswegen fährt der erstmal nach hause wie fahren wir jetzt am liebsten nach hause würde man sagen über die felder hier das mal in welchem leben jetzt würden wir den verkehr so weniger stören zwar wären das nicht auch unsere felder hier aber das wäre mir sowas von egal 30.000 ist nicht grad viel zum glück tun wir jetzt gerade soja anpflanzen soja bringt ja richtig richtig viel da wird die kasse bei uns klingeln hoffentlich von wenn ich mir überlege von diesem jetzigen zeitpunkt von dem zeitpunkt aus wo das video rauskommt sind es keine zwei monate mehr doch ein bisschen mehr als zwei monate so bis die james kommt rauskommt äh ist natürlich ich glaube tanken tue ich mal nicht das bringt überhaupt nichts aber wir werden mal sauber machen weil der kuba ist auch schon ganz schön mitgenommen der flug der flug der flug ist ja lang gezogen trick auch ein bisschen sauber machen dann wie weit können wir nochmal weg gehen aha so so schön sauber gemacht jetzt der kuba wird abgestellt so wir könnten eigentlich jetzt beim düngen müsste ich mir nochmal angucken also wir haben hier die düngemaschine weil wir gucken mal kurz sonst könnte man ja eigentlich rüber fahren fettfrüchte fliegen sehen ernten so eine wurzel okay ich habe mir das gerade nochmal durchgelegen okay also ich habe mir das gerade nochmal durchgelesen und zwar einmal pro düngestufe soll einmal gedüngt werden deswegen fahren wir schon mal rüber dass das ding schon mal da steht und die auch nun ist gerade abgebrochen ich würde mal sagen mein pc ist wieder mal zu voll äh es lädt aber auch gerade ein video hoch seit zwei tagen fast vom line ist das rennen das ultimative rennen von australien in natürlich realer zeit eine stunde irgendwas mir gefällt das alles mit einmal anzugucken und ich würde einfach mal sagen fällt mir gerade so ein wenn wir mal den part so genau wie das fällt mir ein sondern wir wenden im part leider wenn ihr euch da bei ganzem part gewandert gibt nur noch oben wenn ich da in den daumen runden schreibt mir kommt aber natürlich mehr von sehen oder auch nicht kurz abgehoben weil wir kein gewicht vorne dran haben und dann bis zum nächsten mal sagt aber nicht vergessen da noch oben und wir fahren uns schon mal an hier an den an den dingen anhalten auf giving das war's tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020